Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab Februar 2014 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf-Eller. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 85 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 1095 Euro pro Monat. Wir freuen uns die Nähe zu informieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017